Wenn Sie sich selbst und für Ihr Land entscheiden, dass das Leben und die Glückwunsch der zukünftigen Generationen nichts wert sind, was können wir tun? Ich bin aus Indien. Ich arbeite eine Organisation »MEN AGAINST VIOLENCE AND ABUSE«, in der wir versuchen, die Männer und Männer zu engagieren. Was passiert in einer Demokratie, wenn die Politik verliert? Er heißt Fasad Jamil und kommt aus Syrien. Das Boot ist immer noch unter Wasser und die totte Familie auch. Die Constitution of Kenya sagt, dass jeder ein Recht hat in ein cleanes Umfeld. 5 Millionen wurden Flüchtlinge, 6 Millionen wurden aus ihrer Homes geforst. Tens von Tausend haben gesperrt. Für den modernen Welt, petrol ist ein Entwicklung, ein Ekonomi. Für uns, petrol ist es zu töten. 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 Bildung ist ein Muss. Berichterung ist ein Muss. Berichterung ist ein Muss. Untertitelung. BR 2018